Orangabad ist eine historisch bedeutende Stadt im westindischen Bundesstaat Maharashtra mit knapp 1,2 Millionen Einwohnern. Lage Orangabad liegt etwa 335 Kilometer östlich von Mumbai in einer Höhe von knapp 600 Metern U.D.M. Die 3 Millionen Stadt Pune liegt etwa 240 Kilometer südwestlich. Orangabad verfügt über einen nationalen Flughafen und einen Bahnhof. Bevölkerung im Jahr 1960 hatte Orangabad nur etwa 150.000 Einwohner, heute sind es beinahe 1,2 Millionen. Davon sind etwa 59% Hindus, 39% Moslems und etwa 1% Christen, der Rest entfällt auf andere Religionen. Meist wird Marathi, Hindi oder Urdu gesprochen. Wirtschaft Die Minus wegen der zunehmenden Enge Mumbai's Minus rapide gewachsene Stadt ist seit einigen Jahren Sitz von bedeutenden Firmen der Automobil- und Zweiradindustrie sowie anderer internationaler Unternehmen. Sie hat eine Universität und ist ein wichtiger Standort der indischen Seiden- und Baumwollindustrie. Die Stadt wurde um 1610 unter dem Namen Khaki von dem aus Äthiopien stammenden Feldherrn, Politiker und Ingenieur Malik Ambar gegründet, der den Herrschern des Dekan-Sultanats Ahmad Naga als Premierminister diente. Sein ihm 1626 nachfolgender Sohn Fatih Khan benannte die Stadt in Fatan-Aga um. Zwischen 1682 und seinem Tod im Jahre 1707 war die Stadtsitz des indischen Großmoguls Aurangieb. Das Bibika Magbara, eine Nachbildung des Taj Mahal, wurde 1697 von Azamsha, einem Sohn von Aurangieb, für seine Mutter Dilras Banu Begum als Mausoleum errichtet und erinnert an die Epoche der Mogul-Herrschaft. Ab 1713 residierte Asaf J.A.H. I., der zum Gouverneur des Dekan ernannt worden war und den Ehrentitel Naisem Al-Mulk erhielt, mehrere Jahre in Aurangabad. Er gründete eine neue Dynastie mit der von seinem Sohn im Jahr 1763 gegründeten Hauptstadt Haiderabad. In der Folgezeit sank Aurangabad auf den Status einer Provinzstadt zurück. Punkt Sehenswürdigkeiten Kaili-Moschee, Bibika Magbara, Stadthore Historische Bewässerungsanlagen aus dem 17. Jahrhundert Zum Komplex gehören auch eine Moschee und das Mausoleum des Sofie Heiligen Babashe, Mosaphir, Shivaji Museum, Umgebung Aurangabad-Höhlen, ca. 3 km nördlich des Bibika Magbara. Daulatabat, ca. 18 km nördlich an der Straße nach Ellere. Kuldabat, ca. 25 km nördlich an der Straße nach Ellere. Ellere, ca. 31 km nördlich. Ajata, ca. 95 km nördlich. Klimatabelle Untertitelung des ZDF, 2020